Wir sind in der Person von Baselburg, die Jungs hier sind heiß, sie sind richtig heiß. Qualm steigt auf, der Rinder hat alles zu Pagge verloren, es geht wieder los. Und Hedi Hatte hat einen Mann schlicht im Stadion durch. Hedi Hatte hat einen Mann schlicht im Stadion durch. 451 musste da richtig leiden und in diesem Lauf, das ist richtig getrunken. Und Artikel Whistling hat den auch so vor. Artikel Whistling auch. Artikel Whistling auf Platz 1. Artikel Whistling weiter vorne. Mitgeschaffung auf 119, 148, 135, auf dem 2. Platz. Hier Martin, kann man erhaftet. Da noch immer was. Hä? Hier schauen, Artikel Whistling ist immer noch vorne. 1,5 Runde sind noch zu fern. Artikel Whistling, Leiter vorne, René Hartwig ist dran. Angst vor Mulder, jetzt geht er rein in die Hintenbank. Und hier ist es ein Rund, das ist ein Rund, das ist ein Rund, das ist ein Rund, das ist ein Rund. Abgeschlagen hier unterwegs, in diesem Lauf, das ist der Fülle. Und Rund, die Koffer, ein Schlag auf dem von Artikel, sie holen sich zu ziehen. Aber von den Blut Hanks von René Hartwig auf der 2 und auf der 3. Die Startnummer 8 und 3, von Strom Wunder, abgewunken bei die Fünftung Neustart. 50 Runde in der Rund, die Chance von der Fünftung Neustart mit 28. Die Startnummer 9 und 3, der 1,63. Levin Schupplein, Artikel Whistling, Ben-Jerik Hintze mit 31,57. Benjamin Kielert von Gagabaster und Daniel Testerwein vom Renten-Jäser, Maximilian Standrei.